Moin Leute, willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Heute mal eine Runde Minecraft mit Luis. Ja, es ist jetzt schon Ewigkeiten her, dass wir zuletzt gespielt haben. Oder besser gesagt, ich glaube, das ist jetzt schon ein Jahr her, dass ich zuletzt ein Video hochgeladen habe. Das ist echt, echt traurig. Das ist mach ich mal traurig. Sehr, sehr schlechter YouTuber. Naja, wenig Bock zu schneiden und alles. Ihr seht, wir spielen Minecraft mit einem Shader. Und zwar nicht einfach so Projekt-Hardcore. So, also dann Luis, starten wir. Äh, ich hab keine Hardcore-Herzen. Ich hab auch keine. Hä? Warte, sollen wir testen? Äh, ich glaube, wir haben aktuell technische Probleme, Leute. Wir sehen uns gleich wieder, wenn sie weg sind. 2.000 Jahre später. So, Leute, dann sind wir wieder. Also, Problem behoben. Es war kein Fehler, die Herzen sind normal. Wir haben es gerade getestet im Chat. Seht ihr es, wir haben mich totgeschlagen. Ich wurde ganz normal in den Spectator gesetzt. Hab mir kurz OP-Rechte gegeben, damit ich wieder eine Survival geben kann. Und jetzt hab ich keine OP-Rechte mehr. Also, soweit ist alles gut. Luis hat in der Zeit schon mal ein Monster angegriffen. Ja, weil es Nacht wurde beim Start. Weil wir einfach zu lange gebraucht haben, bis wir alles eingerichtet haben. Und das ist ja auch schon nicht so lange online war. Deswegen haben wir alles jetzt resettet. Und dann können wir ganz normal starten. Und es ist nichts gecheatet, denn es ist ganz normales... Zack. Ein ganz normales Hardcore. Jetzt weg hier. Ähm, okay, dann abhalt. Mach du den hier, ich mach einen anderen Baum. Wir müssen aufpassen. Wir brauchen so früh möglich beim Betten. Ja, ich weiß. Ganz früh brauchen wir Betten. Direkt auf Schafe gehen. Ja, natürlich. Schafe... Direkt... Aber ich weiß nicht, soll mal Dschungel gehen oder erst mal noch nicht Dschungel? Ich denke schon Dschungel. Hier ist echt geil. Also hier hatte ich gerade ein bisschen Legs. Also waren leicht, aber waren nur kurz. Vielleicht haben... Vielleicht merkt man es ja, aber manchmal... Lassen Kohle. Essen braten. Dann muss man, glaube ich, ganz kurz was in meinen Chunk-Einstellungen machen. Und zwar mache ich auch mal bei Animationen alle aus. So, ich hoffe, ich mache das ein bisschen was aus. Ne, ich habe richtig scheiß FPS gerade. Also ich glaube, ich muss den Shader noch ausmachen. Ja, dann lass ein bisschen in den Dschungel rein. Okay. Automatisch springen muss ich jetzt noch mal gucken, ob ich das drin habe. Aus. Sehr gut. Endlich zeigt Minecraft, dass ich es nicht haben will. Wo bist du hin? Ich laufe irgendwo durch den Dschungel, aber Dschungel ist eigentlich schlecht. Es wird jetzt dunkel. Wir sollten den Dschungel verlassen. Okay, dann komm wieder dorthin, wo wir vorhin waren. Ja, ist besser so. Denn ich habe keine Ahnung, wo du bist. Denkst du, ich habe Ahnung, wo du bist? Ich bin da, wo ich vorhin Essen gebraten habe. Ich komme doch zurück. Die Kacke, es wird dunkel. Ja eben, meine ich doch. Deswegen. Ich bin da. Wir gehen auf freie Fläche und wenn ein Notfall ist, dann... Warte. Ich habe eine Idee. Äh, ich mache mal ganz kurz ein bisschen Holz. Chill, wir fahren jetzt aufs Meer hinaus. Ich hatte doch ein Crafting Table. Ey, ich hatte doch auch ein. Achso. Dann löst ab ins Boot. Von an, von an. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir gerade eigentlich... Ja, dann steck ein. So. Also Leute, dann, äh, wir sehen uns wieder, sobald wir eine tolle Fläche gefunden haben oder es schon wieder Tag ist. Dann, äh, bis gleich. Many, many minutes later. So Leute, wir haben jetzt hier eine Fläche gefunden. Ja, sieht ganz gut aus, sind zwar Monster unterwegs. Aber eigentlich dachte ich, wir gehen hierhin nicht nur zum Bauen, sondern erstmal für Schafe. Weil hier finden wir ein paar Schafe als immer auf diesen Flächen. Weil wir wissen ja Bescheid. Hier sammeln sie sich gerne mal an. Auf flachen Flächen Schafe zu finden, ist einfacher. Und jede Menge Essen. Kümmer du dich mal um die Schweine. Ich kümmere mich um die Monster. Und, bam, kontrollierte Sprengung. Ich muss mal ein Grit hinkriegen. Kontrollierte Sprengung gemacht. So, Teamarbeit, natürlich ganz wichtig. So. Ich krieg halt keinen einzigen Kritt hin. Gut, dann, äh, mal schauen. Oh mein Gott. Krittelt auch. Ach du Scheiße. Was ist das? Ich hab was riesengroßes gefunden. Was? Boah. Bleib mal. Vielleicht, ich guck mal, ob wir noch ein paar Schafe finden. Ich wollte doch sneaken. Nicht sprinten. Skelett, Skelett. Ich will nicht gegen Skelett. Ich will nicht. Nein, stopp. Ich will nicht. Kein Skelett. Kein Skelett. Merkt euch, wenn ihr Scheiße in Minecraft seid, dann spielt kein Hardcore. Äh, warum spielst du dann Hardcore, Luis? Ja, ja, frage ich mich auch. Ja, komm, das hat schon was. Wir spielen ja so lange, bis einer von uns rausgelegt. Also. Ja, und das ist wahrscheinlich schon bald. Oh je, mini. Ach du Scheiße. Skelett, nein. Braucht man was Hilfe. Natürlich immer Team. Nein, verpiss dich. Ein Herz, ein Herz. Gib mir Rückendeckung. Renn, renn, renn. Baut dich ein, baut dich runter. Baut dich irgendwo runter. Nicht herumrennen, bleib hier. Scheiße, wie viel, wie viel du ist? Ist das Mitternacht? Ist das Mitternacht? Scheiße. Bleib da in dieser kleinen Höhle, wo du bist. Mir geht's auch nicht grad sehr gut. Dicke, ich hab ja das... Komm mit, wir verstecken uns. Baut dich hier rein. Baby Zombie! Renn, renn um dein Leben. Nee, ich hab ihn, ich hab ihn. Getrappt. Digga. Nee, nicht da rein, da kommt ne Höhle. Weg, weg, weg. Ja, ich hab's gesehen. Wir müssen... Das hier... Ah, Skelett. Weg, 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 komm weg. Oh, Zombie. Hier vorne sind unsere Schafe. Schafe! Soll ich dir ein Bett machen? Ich liebe einfach, du gehst schlafen. Sollen wir so machen? Ja. Geh nach nicht. Wenn der explosiert, du kriegst Damage. Ich mach das schon. Ich hab... Ich bin full. Ich bin full, renn! Machen wir jetzt hier gleich ein bisschen was. Achtung, Achtung! Ich kann noch mich ums Skelett. Du bist doch fast down, hast du gesagt. Nee, ich hab gegessen. Ach so, gut, gut, gut. Dann fehlt nur noch ein Schaf, dann haben wir zwei Betten. Okay. Oben ist Creeper? Nee, ist nur ein Skelett. Noch ein Skelett. Jetzt sind ein paar Skeletten angegriffen. Weg da. Ich laufe im Zickzack. Ich laufe einfach weg. Ich bringe so ein Zickzack. Kein Schaf. Schafe! Okay. Ich hab welche. Wo bist du? Ich bin nun weiter auf einer richtig krassen Fläche mit scheiße vielen Monstern. Ich muss gucken, dass meine Sprintvieh... Hab ich die Wolle? Nein, ich hab die Wolle nicht. Ich seh dich. Keine Sorge, ich kör mich drum. Ja, da liegt irgendwo eine Wolle. Ich seh's. Ich hab sie genommen. Ich kill ein paar Schafe in der Zeit. Oh nein. Warte. Ein Zombie hat mir gerade Eisen gedroppt. Heftig. Hexe, 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 Hexe. Ich bin weg. Ja, ciao. Wir sehen uns wieder. Also wenn's zu kritisch wird, läuf dich einmal. Wir müssen hier weg. Wir bauen uns ein und, ähm, du machst dann Betten. Mhm. Wo bist du? Hinter dir. Jetzt kippt, kippt, kippt. Halbes Herz, halbes Herz. Dann sagst du, dass irgendwo ein Monster kommt. Warte, bleib hier unten. Komm runter, komm runter. Spinne, Spinne, Spinne. Hilfe. Hilfe. Oh, Hexe. Wir müssen weg. Hexe ist da. Falsch haben. Nicht eine Folge hab ich. Nicht eine Folge hab ich überlebt. Na dann. Mach's gut. Dann führen wir wohl das Projekt ohne dich weiter. Ja, warte. Ich such dich mal kurz. Ja, bleib mal. Ich bin der Geist der Heiligen. Bleib du ein Spektäter. Ich versuch zu flüchten. Ich hab jetzt hier eine Lavasee gefunden. Kann ich mich eigentlich telekopen? Wir haben's verkackt. Ne, du hast keine OP, der stimmt. Doch, du kannst nicht TP'n, wenn du auf 1 drückst. Oh. Oder 2. Echt? Halt nur, wenn einer von uns ein Dings ist, aber ist es ja nicht, äh, komm. Also, Leute, äh, ich glaube, Projekt Hardcore ist nicht so ganz was für uns. Ihr seht uns jetzt nur als kleiner Spektater-Kopf. Ich glaub, wir wechseln. Ah, du bist auch, hast du auch? So, nochmal mein Projekt. Wir bleiben auf der Web. Ne, lass einfach Neustart, lass einfach Neustart. Ja, also, Leute, wir sehen uns dann, sobald das Ganze von vorne gestartet ist. Many, many minutes later. Gut, Leute, äh, und so nach unserem Fail davor haben wir es jetzt neu hingekriegt von Projekt Hardcore, wo der Projekt Survival, ähm, wir haben eine neue Welt generieren lassen. Wir sind jetzt auch in einem Dschungelbiom, warum auch immer, zumeinander Dschungelbiom, feiere ich irgendwie. Ja, äh, auf jeden Fall. Wir haben auch ein paar Plugins reingemacht, zum Beispiel. Ich probier's einfach mal aus, und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Wir haben jetzt ein paar Nick-Name hier zugefügt, wie ihr seht. Wir können jetzt hier, äh, äh, ich will nicht slash moin. So nur moin. Und guck, da haben wir hier den ganz normalen Namen, statt meinen richtigen Namen, Domnika 14. Sieht man auch hier, in der Spielerliste. Das ist mal ganz normal drin. Und jetzt, fight! Nein, Spaß. Das Wasser! Geh, trinken, du kleiner. Ich dachte, wer spielt Survival. Ja, okay, machen wir. Komm, hier, Baum. So, ein bisschen was. Aber gut, Leute. Äh, ihr habt gesehen, was mit uns passiert ist. Deswegen, ähm, wenn ihr unseren neuen Anfang, unseren Neuanfang nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, denn, ähm, das war's auch schon wieder. Ihr habt gesehen, wie wir verkackt haben, und wie wir jetzt neu anfangen, werdet ihr aussehen. Luis, hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Gibt's nichts, wen wir abonnieren sollen? Dass ihr mich, sollen die mich abonnieren? Nein. Komm her, du elender Greckjäger. Jetzt krieg ich Schläge. Okay. Also, äh, ja, Leute, lasst ein Abo da. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Schaut vorbei. Nein, lasst kein Abo da. Lasst kein Abo da, sondern nur ein Like. Sag mal! Ab 5000 Like gibt's die nächste Folge. Sag mal! Nein, die nächste Folge kommt so, oder so. Bastard! Sag mal! Nee. Doch. Ich will drei Likes. Ich will drei Likes für den Fail. Alles klar. Also dann, macht's gut, Leute. Erst ab drei Likes kommt die nächste Folge. Ja, okay. Macht's gut, Leute. Ciao.